Und eine neue Runde von Diddy's Kongfest! Wer ist mal wieder am Drücker, der hätte ja schon am Anfang des Parts rumgeholt. Was ist denn das hier für eine Enthusiast? Ja, ich weiß. Achso. Moment. Moment. Wildwoods Gods. Spinne! 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 Und noch mal zurück zum Anfang. Was du weißt! Du gehst das Spiel nicht, du Fotze! Was ist denn da? Ja, wie du aber toll weißt, was? Lest nichts! Ja, ach was. Ich weiß, dass da nichts ist, aber ich wollte nur gucken. Oh! Mann! Oh, super. Das... Du tötest erst mich und dann dich! Ja? Das war jetzt nicht... Das war... Das war... Das war abgelenkt! Ja, ein bisschen. Von was? Von der... Muss ich das jetzt kommentieren? Nö! Nö! Lass es sein! Ist da wieder nichts zu! Ey! Toll! Der Stumpfzender hält einen... Halt! Der Stumpfzender ist. Nö! Der Stumpf! Ja! Der Stumpf! Der Stumpf! Der Stumpf! Bist du obendrauf stehen bleiben? Sag mal nicht drumherum. Rum? Wutsch. Ich benutze dich mal wieder. Mach doch. Die Grafik gefällt mir irgendwie. Mit dem gelben Nebel. Aber die Musik wiederholt sich ziemlich oft, kann das sein? Ja. Aber es ist nicht schlimm. Nö, es ist ja nicht so... nein. Nicht so, dass es nervt. Es ist mir halt mal aufgefallen. In your face, bitch. Wisse, ich hau fort zu raus und wird kum angeguckt. Wisse, er haut bitte aus und ist normal. Ja, du hast fort zu mir gesagt, deswegen war ich irritiert. Ja, du und dein Mammutbaum, was? Ja, richtig. Ja. Ist ja gut, Schatz. Ehre, wem Ehre gebührt. Nach dem gebührt Ehre? Was hat der denn geschafft? Ähm... Der wächst und gedeiht manchmal. Was? Egal. Schön, dass das alles aufgenommen wird. Ja, das ist... Äh, schwingt auf. Ja, genau. Was? Ähm. 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 So, ja, wem ehem... Ich hab keine Ahnung, was ich sage. Er denkt gerade nur an seinen Mammutbauen, deswegen hat er jetzt nichts mehr. Genau, genau, genau. Genau, nein, tu ich nicht. Hey, jetzt wird schon speichern! Gibt's auch zu, tust du mal. Nein, tu ich nicht. Gibt's zu, wenigstens. Nö, äh, ich meine nichts zuzugeben ist... Glück nicht. Ja, ich weiß nicht, ich kann im Moment nicht lediglich viel sagen. Gut, das hätte ich sagen können, aber... Ich hielt's jetzt nicht für so angemessen. Weißt du, was ich tische gleich eine? Das würde mich nicht überraschen. Alter, du stellst mich hier hin, als würde ich dich alle fünf Sekunden eine klatschen. Was soll das denn jetzt? Arschloch. Tu ich doch gar nicht, ich hab nur gesagt, dass es mich überraschen würde. Und da waren Geier. Pff, 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 pff. Diese Viecher hasse ich auch, diese scheiße Kamikazegeier, oder? Aber es gibt wenig Gegner, die ich hier mag, außer vielleicht die... Vorhin? Da, rechts. So, da war schon wieder einer. Ey, die Spinne ist cool mit den Netzen. Ja, die Netze kannst du aber auch selber bewegen. Ja, ja, das Advent ist, glaube ich, schon einer von den ersten Parts. Von den mittlerweile gefühlten 600. Ja, ja. Ja, ja, es glägt mich am Arsch. Ja, dann mach doch mal. Jetzt während der Aufnahme? Ich weiß ja nicht, ob es dich nicht stört. Moment. Ja, ja. Nein, nicht lachen. Du musst doch spielen. Don't laugh and play. Why? Chанныеistles Ich weiß! Schau, ich weiß Jetzt sagt natürlich Chrich heraus, wo fliegen die hin? Der ballert auch in kein Blödel in der Gegend herum H Silver Ich treff's nicht, aber ich werde dafür bezahlt Du kannst die roten nicht kaputt machen. Ja, verkleb mir das Gesicht, vielleicht hilft das. Verkleb mir das, ja. Was denn? Boah, aufzulängen! Leichte Legs! Boah! Geh weg! Auf jeden Fall wird sie dir nicht tun, aber... ...geht ja auch so. Äh, Zwischenspeicher-Fass hatten wir, ne? Keine Ahnung! Ich spiele nur! Steckgewicht! Du musstest eigentlich gleich durchsagen. Wow! Das war eng! Ja, warum ist der Pfeil noch eins? Kann man da irgendwo rein? Dann bräuchte ich ja einen... Dann müsste ich ja ich sein, nicht die Spinne. Äh, ist ja richtig. Wie kommen wir denn zu Umarmungskünstler? Ähm, AHHHHH! Der hat so'n fetten Arsch! Es sei, dass die getroffen wird davon! Tja, stimmt. Und... Ich werde auch... ...paaren Schmetterlein, aber bei mir stimmt's nur Spenne! Und... ...das war's! Ja, schuldigung! Nicht aufrufen! Alles zu! Oh, die DK-Münze! AHHHHH! sled Spaß... ... Jetzt dreht's so völlig frau... Wenn du den nicht schaffst, wäre ja auch nicht so schlimm, weil wir haben ja genug Token, wir könnten die extra Welt machen. Ja, die können wir dann ja im nächsten Part machen, aber ich würde den hier schon gerne fertig machen. Aber wir können ja fertig machen, wir können ja erst die extra Welt machen. Ja, aber... Naja, du musst auf den Vogel drauf springen, der farbig ist, auf die anderen kannst du aber auch drauf. Auf den musst du springen. Toll. Und sonst kriegst du keinen Karton. Der hat mich geflattert! Der hat mich geflattert?! Ich auch. Ey, die Kamera mal schneiden, was soll ich, wir müssen das denn kommen. Ja, willst du eigentlich die extra Welt machen? Ne, ich will das hier jetzt abschließen. Wir müssten ja eigentlich auch die extra Welt erst aus einem anderen Level machen. Haben wir doch schon zum Teil. Ja, ja, die aus diesen Honigwelter. Ja. Da hatten wir ja nicht nur Coins. Stimmt. Bums. Zog ich! Spool! Spool. Wie was droht, Kopf. Ich wollte eigentlich Skill sagen. Spool. Schön, dass ich die Kamera... Ah, okay. Das macht auch Sinn, weißt du, er ist ein Geist, er kann nicht getroffen werden, aber dann plötzlich doch... Und da liegen seine Eier. Ich bin tot. Warum wolltest du denn jetzt da nach oben? Weil er da oder da ist oder was? Wieso? Okay. Da muss dahin. Bin ich einfach gar nicht mehr Sack in meinem eigenen Display. Ja, aber ernsthaft. Find ich nicht gut von dir. Warum? Da müssen die Leute meine schändliche Stimme nicht mehr ertragen. Die ist toll. Komm her, du Arsch. Rums. Toll. So nicht. Ja genau, erst hier drauf. Ah, da ist links noch. Ja. Ah, okay, jetzt geht's. Jetzt werf, du Spast! Oh! Jetzt sterbst viel von diesen Glexplichern. Ja! Ja! Voll vor dem Bummskopf. Ach, es geht noch mehr? Ach du Scheiße! Ach du Facki! Viel Spaß! Na? Macht Spaß? Ich würd sagen, wir sitzen noch zwischendurch ein Stay-State. Zwischen den einzelnen Abschnitten. Also... Können wir? ...getappen. Wie meine Augen einfach mal bei dir im Arsch waren, sehr ekelhaft. Na, Rektaluntersuchung? Wer hätte ja auch noch auf den Arsch geguckt. Das kann nicht sein, weil... Du siehst doch, wie uninteressiert er sonst aussieht, wenn man Dicci ihm den Arsch enthält. Achso... Jetzt ist das so. Ohuhuhu! Ohuhuhu! Jetzt krabbeln Sie sich beide an den Seilen. Gamepad spinnt gerade total Ich bin links, Nummer 7 zu dem Fall Ich weiß nicht Ja So viel hab ich dann auch nicht geschafft So viel Oh nein Lade mal und schnell Ja 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 Techno Techno Fuck Das ist gekommen Schön Alles, was ich euch alleine machen, Nummer Oh, gut, ich kann nochmal ein Safestate No Was für ein toller Safestate da ich doch bin Hau ihm das Fass vor die Rübe Das muss krachen Jetzt gehts noch höher Oh Gott In der Marmel doch gerade schon Achja Mein Gott Oh 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 No Lass das nicht langsam mal das Ende sein von dem scheiß Schiff. HETTE ART! Ja, Vogel sagt nein. Voll im Arsch! Ich mach das nicht mit Absicht, auch wie das ganz so aussehen mag. Hm, tut's gar nicht. Okay. Das ist los, okay. Spannend, was du mich hier so einstellst. Ähm, lass unten in der Bienenwelt erst das extra Dingsbos. Ja, ich würde sagen, wir machen. Sowieso Part und so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschöö.